guten morgen guten tag leute wir sind heute auf dem weg nicht nach reute sondern zum fpw drohne fliegen dazu gleich noch eine story ich hab sie letztens schon mal probiert aber hat nicht so gut geklappt ok hier sind wir nun mit der drohne mit neuem schönen bauteil und ja mal schauen was das Ding so kann es ist halt hier finde ich heute aber ich denke es wird schön gehen ja das zuletzt mal ich bin in white gefahren die gopro war leer ich dachte mir so ja flieg halt trotzdem hab die funke daheim vergessen und bin wieder heim gefahren da wollte ich eigentlich trotzdem ein blog draus machen und dann dachte ich mir nö weil da kein content drin war und jetzt versuchen wir es einfach nochmal sieht richtig geil aus ich habe jetzt auch ein dfilter für die gopro und ich hoffe die bringen uns heute einiges ich habe keine ahnung was gerade los war ich würde sagen